Es geht um Fotoromane, die wir vielleicht noch aus Erwachsenen von früher oder auch aus kreativen Schulveranstaltungen. Wie kann man das zeitgemäß Erwachsenen intelligiert umsetzen? Ich erweitere meine Antwort eigentlich von Arne Schonberg. Und zwar geht es um die Union der Helden, denn die Zeit ist reif für neue Helden. Ich bin der Arme von Arne Schonberg und Erik Grünsche-Gebner und stelle euch heute unser Projekt vor. Und dabei beginne ich bei der Person, die das Ganze ins Rollen machte, wenn die nächste Folie kommt. Nämlich mir. Das bin ich in gezeichneter Form. Und ich lese und sammle schon seit vielen, vielen Jahren Comics. Im Laufe der Zeit habe ich viele, viele Comics gesammelt und gelesen. Und irgendwann fiel mir dann etwas auf. Nämlich, wieso gibt es in Deutschland keine Superhelden? Es gibt Batman, es gibt Superman, es gibt Ben Lenton, es gibt Spider-Man. Aber alle kommen aus Amerika. Es gibt keine deutschen Superhelden. Okay, der letzte war vielleicht Nick Knatterdon, aber auch der war eher eine Parodie als ein ernster Verhältnis. Das hat mich immer gestürmt. Und daran wollte ich etwas ändern. Da gibt es nur zwei Probleme. Erstens, ich kann nicht so zeichnen. Um vernünftigen Superhelden-Comics zu machen, muss man auch Superhelden-mäßige Zeichnungen abliefern. Und ich kann halt nur diese Betragintervasion. Insofern, zeichnen kann ich nicht, Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei. Mit Comics kann man in Deutschland leider nicht wirklich Geld verdienen. Und mit Superhelden-Comics schon gar nicht. Und irgendwo muss man ja auch Geld verdienen können, denn, ja, wie soll man sonst Familien ernähren? Also hatten wir da zwei Probleme. Und an diesen Problemen habe ich sehr, sehr lange überlegt, was es da für eine Lösung für geben könnte. Irgendwie ist mir aber erst mal lange Zeit keiner eingefallen, bis dann eines Tages das Telefon klingelte. Und da war dann der Jens-Sundheim am Apparat, Fotograf hier aufs Torbord, einige von euch kennen ihn vielleicht, und fragt, ob wir zusammen Kunden akquirieren sollten. Und da kam hier eine Idee. Eine Vision quasi. Nämlich die Vision der Union der Helden. Ja, das Kuh weckt Assoziationen hier im Raum, die sind auch gewollt. Also, was verbirgt sich hinter der Union der Helden? Naja, hinter der Union der Helden verbirgt sich ein Fotocomic. Und zwar ein Fotocomic über Superhelden im Google-Gebiet. Denn warum soll man unbedingt einen Comic zeichnen, wenn man ihn ja auch fotografieren könnte? Dann wäre das Problem, dass ich nicht vernünftig Superhelden nach Zeichen kann, gelöst. Und warum sollte man den als Heft rausbringen, wenn man ihn auch im Netz präsentieren könnte? Dadurch wird ein klein wenig das Problem des Geldes gelöst. Denn dadurch, dass wir das Ding im Netz präsentieren, erreicht wir A, mehr Leser. B, wenn die den Comic dann mögen, kann man ihnen eventuell auch Merchandise anbieten. Außerdem wollen wir im Laufe der Zeit international laufen, das heißt, das Ganze wird auf Englisch und auf Deutsch produziert jetzt schon. Und dadurch, dass wir international laufen, erreichen wir noch mehr Leser. Und eventuell wird das Ganze dadurch dann auch für Werbekunden interessant, die Banner da umschalten. Das Gute an einem Fotocomic ist aber auch, dass der ganze Comic als Darbenmaterial benutzt werden kann. Denn man kann in die Geschichte selber Produkte, Personen, Dienstleistungen integrieren, durch Produktplatzierung. Das war die Idee dabei. Ich habe dann den Jens auch sofort davon begeistert können und bin dann anschließend losgegangen und habe meinen Partner ja die Wünsche auch versucht, mich zu überzeugen. Das hat ein Weilchen gedauert, aber nachdem ich ihm dann eine Live-Performance geboten habe, war auch er mit von der Sache begeistert. Anschließend haben wir auch noch einen Illustrator mit an Bord geholt. Wir haben den Jens als Fotografen, wir haben eine Mode-Designerin, die uns die Kostüme schneidert. Und ja, dann kam ich fragen, wofür können wir mit diesem ganzen Ding denn nur werben? Naja, werben können wir eigentlich für so gut wie alles. Das heißt, man kann in die Geschichten alles einbauen, was man möchte. Die Hauptsache ist, man erzählt eine interessante, spannende Geschichte darum, die den Lesern Spaß macht. Und die werden mir, denke ich, mit dem Thema Superhead auf jeden Fall erreicht. Die Möglichkeiten, was man in die Geschichten einbaut, in welcher Art und Weise, sind unendlich. Ihr kennt beispielsweise ja Produktplatzierung aus dem James-Bond-Film. Man geht in den Film rein und weiß, irgendwann kommt eine Verfolgungsjagd oder kommt ein Auto durch die Gegend wird. Dass einem in dem Moment ein Produkt verkauft wird, nämlich das Auto, ist einem völlig egal, denn die Unterhaltung stimmt. So sieht jetzt dann das karteige Produkt aus. Wir sind im Netz zu finden unter www.union-der-helden.de. Mittlerweile haben wir die 26. Seite erreicht. Wir schalten immer montags, mittwochs und freitags neue Seiten. Und zum Inhalt der Geschichte, worum geht es dabei? Nun, die erste Geschichte beginnt mit Marc. Marc ist ein junger, netter Student aus Dortmund-Storstfeld, der eines Morgens bei sich in der Wohnung aufwacht und ein bisschen irritiert ist, wieso es denn bei ihm nach Essen riecht. Und irgendwie scheint da wohl jemand bei ihm eingetroffen zu sein. Er macht sich dann auf den Weg, um mal zu Küchen zu gucken, wer denn da in seiner Küche sich befindet. Und die Irritation ist groß, als ihm dort dann ein freundlich aussehender, etwas älterer, diskriminierter Herr gegenübersteht, der ihm anbietet, ihm ein Omelette zu braten. Und auf seine Fragen, was das denn alles soll, erklärt ihm der Herr, ja, pass auf, ich bin der eine, der weiß, ich stamme aus einer parallelen Welt, die sich von unserer nämlich einen Unterschied unterscheidet, nämlich dort gibt es Superhelden. Und ich brauche dich, denn dein alter Ego ist in dieser Welt verschwunden und du musst seinen Platz einnehmen, um dort diese Superheldenrolle einzunehmen. Das heißt, der Leser begleitet Marc jetzt quasi auf seinem Abenteuer als Superheld in einer parallelen Erde, die sich von uns sogar durch nichts anderes unterscheidet, außer dass es dort Superhelden gibt. Und was sich dort so alles tut, beziehungsweise welchen Leuten er dort begegnet, was diese wunderbare, hübsche junge Frau hier in der Geschichte zu tun hat, beziehungsweise wer dieser gute, schattenhafte Menschler ist, oder was der eine, der weiß, durch einen Druck auf sein Armband erreicht, all das werdet ihr natürlich nur dann erfahren, wenn ihr uns besucht unter www.union.de. Für alle potenziellen Werbegründen haben wir heute noch ein Special Pecha Kuschler-Sonderangebot. Das heißt, jeder von euch, der Interesse hat, bei uns in der Geschichte aufzutrauen, schreiben wir uns in den nächsten Tagen eine Mail, spreche uns an, wir geben einen extra Super-Sonderbonus von 75%. Besucht uns, ich überlasse das letzte Wort dem einen, der weiß, und ich sage vielen Dank. Vielen Dank.